Jetzt werden wir unsere Morgende anfangen. Oder die meisten Morgende. Da kommt der Valentin und hat gerade Kräuter vom Berg geholt. Die frischen Kräuter. Das wird unsere wöchentliche Ration flammen. Normalerweise mache ich das, aber normal habe ich, da ich heute anderes zu tun habe, macht's Valentin heute. So, dann Rosmarin und Thymian. Das kommt jetzt aufs Lamm. Wo haben wir denn die Poten? Ah, sorry.